Hallo und herzlich willkommen bei Jörg Mengel Friseurisch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf unserem YouTube-Channel. Wenn es etwas richtig Spannendes zu sehen gibt, heute habe ich das große Vergnügen meiner Mitarbeiterin die Haare zu schneiden. Die Lea wünscht sich etwas Neues und Lea, was möchtest du gerne? Einen richtig geilen Ballcard. Ja und den werden wir schneiden. Euch wünsche ich viel Spaß beim Zuschauen und los geht's. Bis zum nächsten Mal. 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 Wir wünschen euch alle eine schöne Zeit. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinkriegt. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.